Shhh, 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 okay, okay, stop, 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 ganz ruhig, shhh, 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 nein, nein, shhh, 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 los, wir gehen an einen Ort, wo es ein bisschen ruhiger ist, okay, das ist besser, stimmt's, hier ist es ruhig und wir sind alleine, okay, ich weiß, dass du gerade wirklich Panik hast und dass es dir überhaupt nicht gut geht, aber das wird sich gleich ändern, ich werde dir zeigen, wie du dich entspannen kannst und die Angstgefühle und die Panikzustände weggehen, ich weiß, was ich tue und du musst mir dafür vertrauen und offen sein für das, was ich dir sage, sonst funktioniert es nicht, okay, okay, am besten du setzt dich hin, lass es gemütlich an, okay, lass es bequem, ja, mehr oder weniger, okay, ich weiß, dir geht es gerade wirklich nicht gut, aber glaub mir, das wird sich gleich ändern, als erstes möchte ich, dass du deine Atmung ein bisschen regulierst, denn durch die Panikattacke und die Angstzustände hast du fast überventiliert, also müssen wir jetzt erstes mal deine Atmung wieder normalisieren, stütz dich, wenn ich etwas näher komme, okay, also, ich möchte, dass du tief ein- und ausatmest und ich möchte, dass du dabei in den Bauch atmest, ganz tief, okay, ein und aus, okay, ein und aus, und ein und aus, ein und aus, ein und aus, Aus. Ein. Und aus. Okay. Das machst du jetzt die ganze Zeit. Bei allem, was ihr jetzt wollt, ist es ganz wichtig, dass du nicht aufhörst, so tief und gleichmäßig zu atmen. Auch wenn es vielleicht schwer ist. Okay. Was ich jetzt mit dir machen werde, ist eine Technik, um sich selber zu beruhigen. Gerade wenn man eine Panikattacke hatte oder Angstzustände hat oder sich einfach gestresst fühlt. Okay. Das Ganze nennt sich autogenes Training. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Nein? Okay. Wie gesagt, das ist eine Entspannungstechnik. Ich kann dir auch kurz mal vorlesen, was man sich da genau darunter vorzustellen hat. Orthogenes Training ist eine Reihe von mentalen Übungen. Diese Übungen sind Sätze, die man sich immer und immer wieder im Kopf sagt. Dabei liegt oder sitzt man in einer komfortablen Position. Die Übungen helfen, dem Körper zu entspannen und den Alltagsstress loszulassen. So wie bei Angst- und Panikattacken. Im Alltag lassen wir unsere linke Gehirnhälfte viel arbeiten. Sie ist für logisches Denken und das Verarbeiten von Informationen zuständig. Die rechte Hälfte, die hingegen für Emotionen, Eindrücke, Bilder und imaginäres zuständig ist, kommt dabei zu kurz. Autogenes Training hilft den beiden Hälften zusammenzuarbeiten und sorgt dadurch für ein inneres Gleichgewicht des Körpers. Also so viel zur Theorie. In der Praxis ist es ganz einfach. Ich möchte, dass du deine Augen schließt und dir vorstellst, dass du an einem anderen Ort bist. An einem schönen Ort. An einem Ort, an dem du jetzt gerade gerne wärst. Ein Ort, an dem du entspannen könntest. An dem du ganz ruhig wärst und keinerlei Angstgefühle hättest. Das kannst du dir gerade nicht vorstellen. Okay. Dann helfe ich dir. Schließ die Augen. Stell dir vor, du liegst in einer Hängematte. Diese Hängematte hängt zwischen zwei Palmen. Und diese zwei Palmen stehen an einem wunderschönen, weißen Strand. Und während du entspannt in der Hängematte liegst, fühlst du einen leichten, laufwarmen Wind auf deiner Haut. Und im Hintergrund hörst du wie Wellen an den Strand kommen. Okay. Dann fang ich jetzt an. Versuch dich zu entspannen. Und vergiss nicht weiter zu atmen. Ein und aus. Und ein und und aus. Okay. Bevor es losgeht, musst du noch wissen, dass man sich beim autogenen Training auf verschiedene Körperteile konzentriert. Das heißt, du konzentrierst dich zunächst nicht auf deinen ganzen Körper, sondern erstmal nur auf einzelne Körperteile. Ich sag dir dann, welche das sind. Okay. Diese Konzentration musst du auch irgendwie aufbringen, sonst funktioniert es nicht. Okay. Bereit? Gut. Dein linker Arm fühlt sich schwer an. Ganz schwer. Dein linker Arm ist schwer. Ganz schwer. Dein rechter Arm ist schwer. Ganz schwer. Dein linker Arm ist schwer. Ganz schwer. Beide Arme sind schwer. Beide Arme sind schwer. Sie fühlen sich an wie aus Metall. So schwer sind sie. Dein rechtes Bein bist schwer. Dein rechter Arm ist schwer. Ganz schwer.yk Dein linkes Bein ist schwer, ganz schwer. Dein rechtes Bein ist schwer, schwer wie Metall. Dein linkes Bein ist schwer, schwer wie Metall. Beide Beine fühlen sich schwer an, wie aus Eisen. Deine Arme und Beine sind schwer, ganz schwer. Dein Nacken und Deine Schultern sind schwer, ganz schwer. Dein Nacken und Deine Schultern sind schwer, schwer wie Metall. Dein Nacken und Deine Schultern sind schwer und warm und entspannt, ganz entspannt. Auch Deine Arme und Beine sind schwer und warm und entspannt. Dein ganzer Körper ist entspannt und warm und fühlt sich schwer an, ganz schwer. Dein ganzer Körper ist entspannt, ganz entspannt. Besser. Ja. Okay. Das war's auch eigentlich schon. Vergiss nicht die Atmung. Ein und aus. Und ein und aus. So. Wir gehen jetzt wieder raus zu den anderen. Und ich möchte, dass du dieses Gefühl von Entspannung, was du gerade hast, versuchst beizubehalten. Und ich möchte auch, dass du weiterhin ruhig und gleichmäßig ein- und ausatmest. Und in den Bauch natürlich. Und falls du merkst, dass du wieder Angstzustände bekommst oder dass es generell wieder schlimmer wird, möchte ich, dass du dir im Kopf diese Sätze sagst und dass du dich versuchst zu entspannen. Okay. Okay.